willkommen zur nächsten folge harry potter lego die jahre 1 bis 4 im jahr 2 zurzeit noch wir sind noch außerhalb der mission und schauen uns hier so ein bisschen um zaubern alles was nicht gemagel fest ist genau hier kommt man irgendwie vielleicht mit rons ratte her was sieht irgendwie so nach rons ratte aus da drin ja nein 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 12 so mal gucken weiter hinten vielleicht ich glaube da ist noch einfach was das wir entfernen müssen ich gehe mal hier runter das glitzert auch so wahrscheinlich hier unten fehlt ja noch irgendwie ein stück ich gucke einfach mal hoch was da oben noch so ist schau einfach noch mal hier unten rum das ist ja sind sowieso glitzernde dinger die so weiß glitzernd ich glaube da hier oben fehlte da nicht noch irgendwo ein rohr und das zischt die ganze zeit also ein grünes giftzeug ja ja ne aber da sehe ich das auch gerade gar nicht mehr aber es ist immer noch so komisch doch dahinter ist es noch ich sehe es noch hier ist auch noch irgendwas hier ist die männer toilette und hier ist auch noch was für dein und da sind auch noch zwei drei schwebende dinge die wir noch anbringen müssen erst das kommt hier hin du machst das andere okay so und jetzt kommt deine warte karetze sie kann geht ihn durch sie drückt nicht den knopf weil sie drückt nicht den knopfen sie musste ja sie drückt den knopf ein schiff ein schiff fährt durch die anlage schiff wirft enorm viele sachen noch mal okay jetzt jetzt fährt weg aber das ist aber wirklich kräumen hier ist es fährt hier lang und jetzt und jetzt jetzt wird das schiff hier ja wir müssen da rein aber sonst wir müssen ja nach oben hin ich will eigentlich den cybersicht nach holen okay da oben haben wir den zauberer getragen wahrscheinlich nicht ja komm wir machen jetzt nicht noch mehr stress da sondern machen das ist jetzt hier fertig das ist nur so ein level oha wir müssen wieder wahrer zauberer schaffen ungesund da reinzutapsen oder? ja wahrscheinlich nicht so gut hier muss jemand ziehen der viel kraft hat wahrscheinlich aber es gibt doch Achtung pass auf da kann man runterfahren ähm es gibt doch aber es gibt doch Achtung pass auf da kann man runterfallen ähm es gibt doch den stärketrank den gibt es doch auch dass man ganz stark wird ja das kann sein dass wir den brauchen hier kommen nämlich auch nicht durch die ist auf jeden fall fies abdrank aber da sind die haarteile von den beiden händen sind copy und gold die sind hier eingeschlafen how convenient los wir müssen möglichst viel einsammeln um runterzufallen ich springe nicht drauf um das zu holen ja das kann man noch ein zauberer nicht ok gut dann sammeln wir jetzt schon mal alles dann bist du das haarteil schon mal ein wirstes da rein guck mal hier hinten weiter ja sehr gut hier kommen wir auch irgendwie hoch aber ich komm mal erst da drüben bevor wir es da anfangen ok hier hab ich so ein Rehrad Reyes ach guck mal hier ist so ein wenigstens zum mitnehmen das werde ich auch schon mal da hinten rein ich muss echt aufpassen dass man nicht in diese Dämpfe reinläuft ne da da kommen wir irgendwie hoch wahrscheinlich da oben weiß ich nicht mal sehen was passiert wenn dann schauen wir erstmal hier rum was passiert denn hier da ist was drin siehst du das da ist ein blauer drin drin äh äh komm mal da ach da oben ok da muss er drauf stellen bist du oder soll ich ich stell mich mal drauf ja dann drehen mal oh Gott da gibt es nur noch jetzt hat kannst du das drehen ok das geht sogar komisch ok kann aber nicht da bleiben drauf mach mal an oh oh hast du die ausgemacht ne das mach ich selber ok ich muss auf jeden Fall da rüberspringen ja gut ja gut ja gut und ja aha voll laut bam explodiert Geld ganz viel Geld auch da flitzt noch irgendwas hm das ist ein Rohrstück ok ok oh bauen wir was neues raus aha Geld 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 wir wollen ja wahrer Zauberer werden ok dann nehme ich das hier mal auf ups 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 aber lass erstmal noch gucken ob wir jetzt alles haben ja sorry auch da muss haben wir abfließen ich glaub wir haben alles ups ich glaub das sind wir da rein ja ja jetzt wollen wir wahrscheinlich Kröbel und Gäuel machen ne oh das haben wir noch boah das müssten wir jetzt auch haben weil wir die harte wäre eigentlich ein bisschen haben verlegen hm ich schau nochmal irgendwie ganz hinten schnell durch das hier ist noch ein bisschen so ich weiß nicht das sieht irgendwie so komisch aus ne ja ob da noch irgendwas wäre aber man kann nicht hoch ziehen ziehen vielleicht ja man muss ja ziehen indem man hier hinten wahrscheinlich das so ich hab das gerade mal aktiviert so wie wir die sachen da einfach auf dem kopf haben ne so richtig komisch ich bin plötzlich dran ok drück mal drei also bei 3 1 2 3 3 was ist denn 3 bei dir ne ich mein was ist denn 3 bei dir dass du mal charakter wechseln kannst keine ahnung wir bleiben so ja ok dann fressen wir es nicht das kann jetzt bestimmt alles nur mal abschießen zack oh ja 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 glaub du musst einer muss die Bank hier bedienen mhm jeld warte mal ist der auf der Bank ich muss den feuchtigen zauber auswählen jetzt nicht ok wir müssen wieder anders hin pass auf da kann man runterfallen ne lass es mal lieber die galeone haben ach jetzt ein fisch habe ich reingeworfen zweiten fisch hier kann man glaube ich rein hier gehe ich mal gleich rein wir machen erstmal hier alles fertig hier oben sind auch noch viele blaue steinchen mhm auch schon drei von drei ach das sind die dinger hier ok was passiert jetzt auch für dachs nimm den mit ich bin gerade muss darüber springen ist eine mauer ja alles verdient ja geht hier daba muss die anderen irgendwie schaffen dass man von oben oder springt oder so aufstellen und dann muss einer das rad hier beträtigen wenn das geht es geht da nicht der fehlt bestimmt was das klemmt bestimmt da hinten bei der ranke drin die fackeln haben wir schon wir sind überlänger den rest des gebäudes hier vorne im vorraum befreien wir noch von ranken in der nächsten folge vielen dank dass ihr da wart wir sehen uns bei der nächsten folge dann wieder tschüss